Hallo, Freunde! Willkommen zurück zu Hyper-Light-Drifter! Boah, wie wir den ersten Boss besiegt haben? Oder den ersten... Rating-Boss irgendwie? Noch eine gute Zeit. Der war echt schwer, der war nicht easy. Das kann uns keiner erzählen, dass der easy war. Ja, war nicht. War nicht. Ich meine, gegen Schluss hast du einen richtig Schnellkopf. Ja, ja, stimmt schon. Aber du musst da eine kämen und ihn kennenlernen. Ja. Ich weiß. Muss man immer. Eben, ja. Weil, wenn du da noch mal drin bist, dann kannst du schon mal irgendwas mit dem Arm reißen. Na, kleine Liebelei. Ja. Wow! Und das ist eine freie Wildbahn! Freunde! Ich bin begeistert! Holy shit, wo geht's jetzt hin? Wow! Hello, liebes Reindeer! Nur eins. Wirst du vielleicht kommen in meine Jagdhütte und mit mir gehen jagen nach anderen? Reindeer? Du bist meine Auswärte Reindeer! Ich komme und töte deine Freunde! Nachbarino! Ha! 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 Du kannst da auch weg! Sein Hande auch weg! Na. Na! Schau! Da war ich schon drin, glaube ich. Gehen wir auf die Erden! Deine Handgenosse! Da war ich schon drin. Ich weiß schon. Ja, bei der Wand und so. Ja. Stimmt schon. Ich suche nur grad den mit den Dreieck. Ich weiß, irgendwo muss noch ein viertes Dreieck sein. Mhm. Irgendwo. Warte mal, er hat's so markiert. Scheiß mich an, Alter. Ich hab schon mal den Falschen, wenn ich die Karten öffne. Hier heil ich mich immer. Da ist eins. Ja, was tun denn der da unten? Das macht doch keinen Sinn. Das ist aber. Okay, dann müssen wir den wieder runter. Ich glaub, dass das ist. Ist immer noch auf der Seite. Jaja, das wird schon... Ist immer noch auf der Ebene. Stimmt schon. Dann hast du... Warte, ist vielleicht der Erste. Und du hast den Ersten übersprungen. Ja, irgendwie, ja. Wahrscheinlich. Na, aber... Bescheidend. Aber der... Unten bei der Tür sind ja in der Reihenfolge gewesen, die in der ich hab. Oder die werden automatisch in die Reihenfolge gesetzt. Ich denke mal. Ja, das kann sein. Ja, dann schauen wir mal runter. Okay, der ist schon weit unten. Ich denk's mal ja. Ah, warte, dann mach ich aber das da. Hey, Renderino! Kann ich mich da nicht teleportieren? Warst du schon mal Hunting? Na, das hat ich kalt. Aber teleportieren können wir nicht? Na. Das ist Bullshit. Warst du schon mal Hunting? Noch ein paar Füchse? Füch... Füchse? Ein paar Füchse! Me... 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 Du hast schon mal gejagt nach einem Füchse. Einen grossen Füchse. Normalerweise die Füchse sind schlaue Tiere. Aber wie Menschen... Wie sind auch schlau. Wir haben Waffen. Füchse nicht. Füchse haben seine Zähne. Meine Füchse haben seine Zähne mit erwischt. Oh, der ist dabei. Einmal passiert. Nie wiederholen. Ich weiß nicht, was du bist. Ich bin nicht ganz sicher. Ich weiß es auch nicht genau. Wie so ein Hillbilly, aber nicht ganz. Aber gut, ein Hillbilly. Ja, aber irgendwie so ein faszinierter ausländischer Hillbilly. Irgendwie ein Inder, der nach Amerika gezogen ist. Nach Texas oder so. Und dann hat es irgendwie auch gepasst. Keine Ahnung. Ein Inder als Hillbilly in Texas. Ja, wo soll denn sonst sein? Früher in meiner Heimat. Sommers in Neu Delhi. Es war schwierig zu jagen gehen. Because wir hatten keine... Keine gute Jagdgründe. Außer der Kuhstahl. Und wenn du tötest deine Kuh, du wirst verstoßen aus Neu Delhi. Deswegen bin ich hier in Texas. Mir wie ist das wieder vom Level. Das ist aber das Level, was die Leute sehen wollen. Was ich hören will. Das ist das Level, auf das ich mich freue, wenn ich sagen kann. Hey, heute kommt wieder ein neuer Part von dem. Und der ist so gut. Ja. Stimmt. Stimmt ja. Ja. So, jetzt müsst ihr gleich dieses Ding kommen. Eigentlich ja. Da rechts vielleicht. Nein. Nein. Nur weiter runter. Da rechts war ich schon. Das war die noch. Ja. Stimmt. Da bist du ein Treckiger. Da musst du noch ein Stickerl weiter runter. Ja, gut. Stimmt. Holy shit. Ich bin dabei. Hey. Lass das mal. Ich war jagen mit einem Wäsel. Oh, don't do this to me. Aber der Wäsel hat keine Gold geschissen. Deswegen habe ich ihn getötet. Hat nichts gebracht. Langsamer wie meine Pär. Schneller wie meine Frau. Schneller wie meine Frau. Schneller wie meine Frau. Wuh. 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 So long, lieber Ose. So long, Le Liquid. Wuh. 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 An Peor. Wuh. Ja. Jonathan Turle. Wuh. Wuh. Milizungen. Wuh. zu lösen nirgendschut nun muss er vor allem am angriffen was besiegt die zunächst vielleicht gibt es mir eine neue Waffe oder Flügel für die Folge das ich kann gehen auf die Jagd nach Adler er wollte er mit dem Typ aber der Typ hat Feuer gemacht und dann hat er gegangen na der Zettel und wie er da hoch kann das okay mit der Zettel zu kommen es ist ein bisschen du stehst auf den Stein und er so Prozent wenn du irgendwie den Bauchschlag mit dem Prozent und das war die Machengrube Ich hoffe, das ist was ich... Ich kann ziemlich sicher sagen, dass ich es nicht war. Ich nicht. Oh, da sind sie wieder. Peter und die Gerti. Gerti? Ja, Peter und Gerti. Du, Peter, sag, hast du die richtige Wurst gekauft? Ich weiß, aber jetzt brauchen wir was Neues. Was hast du da gesagt? Weißwurst, hm? Ja, Peter, Kräuterweiße. Peter, kannst du eigentlich nicht irgendwas? Wolltest du ihn halt essen? Hau da nicht rein, wenn es so weiter geht. Dreckiger, du. Halt auf Nacht, riechst du deine Wärmflaschen selber. Dann riechst du deine Wärmflaschen selber. Ich liebe die gehende Gerti und den Peter. Ich liebe die gehende Gerti und den Peter. Ja, Gerti und Peter, die spiegeln einfach so das echte Leben. Ja, irgendwie näher drüber. Ja, ich bin mir sicher, dass irgendwelche einleitliche Probleme haben miteinander. Ich glaub, das sind so Kleinigkeiten, die man halt braucht, um sich selbst frisch zu halten. Schau da drüben wollen wir. Wir sind nur den ganzen Scheißweg wieder herkatscht. Und jetzt bleibt sie doch nicht guckt wie katscht. Da waren wir nicht. 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 Hallo? Ach komm. Schalt Kreuz. Schalt Kreuz, ich bin gar nicht lecker. Läck mich im Arsch. Du spreibst schon wieder. Ja, ich weiß, weil ich ziemlich im Arsch bin. Oh, Baby. It's a wild world. Die haben zwei Leben. Die haben zu viel Leben. Das sind die Wichse. Mit ihren drei. Ba, 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 ba. Oh, pass auf. Oh, Baby, bitte mach die. Nie mehr so. Nein, das will ich gar nicht anfangen. Das will ich gar nicht anfangen, na. Jetzt brauchst du Fünfe, Alter. Was, echt? Ja, oder du hast Fünfe und du kannst nicht mehr tragen. Aber da waren jetzt Fünfe. Wow, 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 wow. Oh, I don't see what's happening here. You're face to face with darkness and it's strange. You don't ever know how you feel. It's fucking not a... Bullshit. Holy shit. Was soll ich machen? Ist ja auf gut Glück oder was? Holy shit. Was ist denn das, hä? Eine Vergewaltigung. Probier's mal. What the fuck. Hilft der da irgendwas? Probier's mal überschießen. Okay, einfach auf gut Glück anscheinend. Wirkt so, ja. Oh fuck. Fucking hell me. Fucking hell me. Ach du Sch... Doch, halt die einfach jetzt mal. Das ist wurscht. Du, aber wenn ist alles egal. Alter, ist das dann wahrscheinlich schon der vierte? Weil das ist schon... Das ist schon hart, der Scheiße. Schau, da ist noch Fünfe. Wo ist denn da Fünfe? Ach so, nein, du haust Fünfe insgesamt. Ach so. Ach so. Was ist los mit dir? Wie gesagt, das ist alles so kryptisch in dem Spiel. Was sagst du? Als hättest du es auf japanisch gestellt. Ja. Oder auf kryptonisch. Fuck, Leute. Hör auf, Leute. So, die haben ja eine scheiß... komische... Fuck me. Level in Ratchet und Clank. Zwei. Drei. Mit die Kack. Das bringt dir auch bessere Gedanken. Mit die Kack. Ja, das nicht. Mit die Kack. Mit die Kack. Ich hab direkt's auf der Hälfte. Fuck der Mama. Oh. Ah. Mit die Kack. Mit die Kack. Mit die Kack-Kommischen... Kack. Mit die... Wie ist das Schleimholtz? Keine Ahnung, vergiss das einfach. Okay. Das Scheiß wird schon klein. Der Level ist ziemlich schweres. Wenn du so Pistalle suchst, was kommst du ja Kack. Ladies and Gentlemen. Die vorwärts. Wuh. Ich bin Filius in das Saal. Und wir sind jetzt ein Saal. Wuh. 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 Tschick, Tschick, Tschoo! Pau, tschicka, wow, wow. Das sagst du nur zu mir, wow, wow, wow. Und meine Flüge... Ah, und dann können wir uns sogar zwei Dinge kaufen. Zwar Fähigkeiten. Ja. Dann können wir uns eine Waffe riechen, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, oder? Ja. Keine Ahnung, was besser ist. Wenn wir dann zwei Schaden machen, sind wir schon geil. Dann sind wir beim nächsten Boss. Die Frage ist... Was ist besser? Was bringt mehr? Ja, genau das ist das. Ist das das Ding? Nein. Nein, das ist nur das Ding, das irgendein anderes Ding aktiviert. Schock mich nicht. Du warst schon, du warst schon vorher und dann hat es mich gefickt. Und dein Herz schlägt schneller. Bitte hör nicht auf. Auf geht, Tschickichiko, hast du gleich diese? Hast du gleich diese? Hast du gleich diese? Hast du gleich diese? Hast du gleich die, babe? Schau, so nicht schiebknochen. Er wollte sich spazieren mit dem Miet so. Ah, schau, ich geh mit. Das ist Scheiße, ich warte, was wir machen sollen. das war jetzt aber hartes glück ja sicher jetzt aber papa nicht so weit gehen ich habe schon wieder die dinge oder doch kann ich stampfen weil es zu eng ist ja aber dann kann der stamm verkämmern oder letzter oh kak 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 hey da ist doch da ist doch da ist ja da ist wahrscheinlich wird es jetzt erleuchtet ja hoffe ich mal ja ganz ehrlich ja damn son zeig her komm zeig her auf der karte ich würde da oben aber auch noch gerne eine schauen das gefällt ihm aber gar nicht du hast das erste hyper light aktiviert ist das gut ich denke schon ist es ist es mach ich was gut bin ich eigentlich der böse wicht das kann ich das so nicht beantworten der schakall hat die auf jeden Fall wiederbelebt bist du ah schakall ein böse wicht ich schätze nicht also normal schon eigentlich aber ja was soll das dann für den ich schätze mal dieser wenn ein verschnitt ist schlimmer bist du der wenn ein verschnitt wie oder oder arbeite für den oder ist der böse seite du bist so ein arsch heute du bist so ein arsch weil du einfach nicht das ist so ungenau es ist so ungenau dieses driften wow so will ich schießen schießen gerade bevor ich den radios in die wirklich richtung es geht kann das sieht ja automatisch aus wie du dass der scheiß höhle jetzt ist oder zumindest das licht anmachen ja zumindest das licht anmachen war ganz cool irgendwo das haben selbst den pokémon smarakt gemacht dass wir die arena besiegt war dass da licht kann man ist sie würden sogar einen dachs ausmachen wahrscheinlich kann ich da bitte vorbei jetzt muss auf die ee auf und so also jetzt gehen wir ins Dorf zurück soll man denn nur auf geht so der tür mit die vier schlösser ja da war ja die tür wo du nur eine kommt dass du alle vier hast scheiß nicht anders recht die ist halt ein Stückerl weit weg aber das ist mir wurscht ja irgendwie ist mir wurscht dann gehen wir halt da hin mhm oder wenn wir uns vorher eine Fähigkeit achso das können wir auch machen weil ich bin viel näher am Dorf ja ja dann gehst du noch hin viel näher ja weiß ich nicht das ist auch ein Stückerl aber trotzdem ich bin bitte hör nicht auf Gitchi Gitchico heißt ich lieb dich so Gitchi Gitchico ich nehm dich Baby Bean revel bawe aba mhm probier's mh mit nem früchtetrink nehm leckeren zum richtgetrink von vom Müller oder Danone willst du mich eigentlich verarschen. What the fuck soll dieser Scheiße? Kannst du das gerade sehen? Wie hätte die da durchgekommen, was wollt man denn jetzt so ein Glück gehabt hätte? Ja, dass sie da abhüpfen. Es ging wahrscheinlich um sie. Sie haben sterben müssen. Ja, ganz genau. Ja gut, theoretisch jetzt probieren wir keine abzuschießen. Ganz genau. Oh mein Gott, ne. Manche Sachen haben's wahrscheinlich nicht so durchdacht. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon. Ihr hättet mir vielleicht von anderen Seiten kommen müssen. So, was nennen wir denn überhaupt? Der Drift am Booster dann ein Schwert. Irgendwie so ein Schwert. Das ist mal lieber. Ja. Jungen Mann, was ist denn? So, er schaut so happy aus. Er ist so ein Kawaii-Typ. Ja, er ist ein Hamster. Das ist seine Nase. Oh. Ich hab das aus dem Mund gesehen. Er ist erst da, aber es ist seine Nase. Stimmt, das ist ein verfickter Hamster. Sonst wird das ja gar nicht irgendwie ein Stück aus. Ja, das ist ein Hamster. Ach du Scheiße. Das ist wie bei was war das. Das ist gut, das war wieder so gut. Bei was war das, wo gesagt worden ist, dass nicht irgendein Ding bei der Nase, bei dich da war es, dass es dann nicht die Nase ist, sondern der Mund und dass es ein kleiner Zahn ist. Ja. Das fühlt sich so komisch an, wenn sie es probiert. Ist kein kleiner Zahn. Nein, siehst die Nase, aber... Ja, ja, ich fühl sie komisch an. Das war sehr. Boah. Ja, jetzt können die Beeren driften schlau sein. Ist auch nicht schlecht. Das ist schon gut, oder? Aber es hat nicht ausgereicht für mehr, oder? Jetzt schon. Ja. Ja, dann können wir mal... Nein. Nein, doch nicht. Nein, wir müssen nur die anderen zusammen erleben, oder? Ja, das ist egal. Dann müssen wir auch viel gehen und das machen wir jetzt an, oder? Schauen wir mal rein in das Spiel. Ja, in das Spiel. Ja. Warum bist du so schwer spiel? Ja. Warum... Warum... Warum kannst du dir nicht da ein bisschen erklären, spiel? Kannst du... Kannst du... Kannst du dich rechtfertigen? Kannst du das? Versuch's ja irgendwie durch Bilder. So wie Dark Souls, circa. Da hat auch was Charaktero. So wie Plattform. Ich meine, da gibt's Text, aber... Ja. Ja. Aber der erklärt auch nicht für. Musst du alles lesen, oder alles... auf dem Internet nachschauen, was andere Leute irgendwie Theorien... Oder auch, oder? Diese scheiß Theorien, die gehen wir schon noch auf. Ja, ja, ja. Leck nun mal. Geht auch für jeden Scheiß, wie irgendeine Scheiß Theorie. Obwohl der Entwickler das wahrscheinlich überhaupt nicht irgendwie so bedacht hat. Bei Plattform. Bei allem. Ja. 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 Oh babe. Da ist der geile Riese da. Da ist der fucking Pokemon, oder was auch immer. Ja. Da gibt's ja die ganzen Theorien um Kriege und so weiter. Ja, ja. Und es gibt dieses... Oh, Ash... Ist im Koma. Ja. Ja, wobei jetzt eigentlich feststeht, dass Ash einfach nur deswegen nicht altert, weil das mit Miro und Miro 2 war. Was? Es steht fest, dass Ash nicht altert, weil er eine gewisse Zielgruppe hat. Ja. Ja, genau. Der Entwickler hat sich niemals dabei doch das Ash nicht altert. Ja gut, aber das sieht man wahrscheinlich wie anders aus, aber doch, wenn er jetzt folgt, wir können das sagen. Ja, 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 ja. Das war ja, du hast den Plan von Anfang an, ja. Das ist so. Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen scheiße. Wir denken uns eigentlich nichts für unsere Spieler. Naja, schau. Mehr wie EA. Es ist in dem Spiel. FIFA. NBA 2K Motherfuck und... Das ist nicht von EA. Ah, nein, das ist... Da steckt ja schon 2K drinnen. Ja, ja. 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 Oh, fuck. Woah! Was ist das jetzt? Das ist ein Manual. Aha, und dann hast du sechs Wochen und dann kannst du auswählen, welche zwei du mitnimmst. So schritte die Karten. Holy shit. Nice. Ich glaube, das ist mein Vollbild von der Raum. Ja, war es von FIFA. FIFA? Ja. War von EA? Ja, also du. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, du NBA 2K nicht, weil es NBA 2K ist. Ja, so wie 2K, wie Borderlands. Ja. Ja, oder... 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 bei der Fall. Infinite. Und die anderen 2. Ja, und die anderen 2. Ja, und die anderen 2. 3... 12... 20... Ah... 30... Das sind 3 Sekunden. Es sind 3. 3. 3, ganz okay. 3, weiß ich nicht was, weiß ich nicht was, weiß ich nicht was. Ich hab mir halt das halt. 3 über halb der Schultag. Ich muss das mal spülen. Aber ja, ich merk auch, also ich hab Bioshock 1 so ein bisschen angespült. Habe ich durchgespielt, das war dafür. Ja, aber ich hab mir dann halt auch so gedacht, so... Also dafür, dass alle sagen, dass es so geil ist. Ich meine, das war okay, das was ich bis jetzt gespült habe. Aber es war halt nicht so, dass ich sag so, fix, ich häng dir jetzt dran. Ich komm da nicht mehr weg. Ich muss es jetzt ausspülen und das nächste spülen und das nächste spülen. Wie bei Metal Gear Solid. Mhm. Zum Beispiel. Das ist sowieso das. Ja, na, so gut, da kommt nix dran. Da kommt nix dran. Metal Gear Solid, beste Spielserie von allen. Ja, und jetzt? Brauchst du noch was? Kann ich da noch irgendwas bringen? Hallo, wir haben alle vier. Da drüben ist ein Lift. Räder. Ja, da ist mit drei die Tür. Tür mit drei. Puh! Das ist gesundheit, die Tür mit drei geht auf. Ja. Was hat denn die Tür mit vier? Oh nein, das ist die Tür mit acht. Oh, die Außen A. Die Außen A. Also die A. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Das ist die Tür mit acht. Das ist die Tür mit acht. Das ist also die Tür mit acht. Wo ist denn die Tür mit vier? Das will ich jetzt schon noch wissen. Gibt's nicht wahrscheinlich. Wuh-wuh-wuh-wuh-h-wuh-wuh. I don't have what the Wuh-wuh-wuh-wuh. Christ! Pock dein Schniedel aus! Israel Westrip-The-Zwölft-Bieß. Okay. Wow. Ich konnte in der nächsten Episode von... Xenolite HyperDrifter Motherfucker. Hy-pa. Light. Drifter. Ja. Howdy to be. Howdy, Judy.